Bloody Stones, der absolute Nervenfetzer. Hilfe! In Hongkong-Straßen brennt die Luft, wenn diese Super-Cops dem Verbrechen den Kampf ansagen. Doch die kleinen Fische sind nichts gegen die großen Haie auf der Jagd nach blutigen Steinen. Wo sind die Diamanten? Für zwei Millionen können sie sie wiederhaben. Was? Zwei Millionen? Das ist mein Preis. Oder ich übergebe sie der Polizei. Der Wettlauf gegen die Zeit macht aus Menschen reißende Bestien. Hier kann nur Officer Frankie Chan eisern durchgreifen. Polizei! Zurück! Los! Jetzt bist du doch ein Bulle, aber gleich bist du eine Leiche! Verdammt! Da ist sie! Schnappt sie euch! Nehmen Sie! Nein, sie sind hinter mir her! Verdammter Schweinehund! Hör doch! Sie sollten ihn nicht mehr decken. Er trachtet Ihnen nach dem Leben! Wieso fragen Sie mich eigentlich noch, wenn Sie sowieso schon alles wissen? Ich will die ganze Wahrheit wissen! Der Tod wird ihr ständiger begleitet. In diesem Spiel ums nackte Überleben wird jeder zum Abschuss freigegeben, um Millionen Dollar schwere Diamanten zu ergattern. Ein spektakulärer Großeinsatz für alle Actionfreunde dieser Welt. Inszeniert von Hongkongs Spitzenexperten. Sie lassen es krachen, wo andere das Weite suchen. Verdammt, du kannst nicht so ruhig hier rumliegen, wenn Sie in Gefahr stehen! Auch die Liebe braucht mal ein Bäuschen! Für die Gangsta hat die letzte Stunde geschlagen, wenn Frankie an der Zinschnur sitzt. Ein Entferno der Extraklasse, von dem sie sich nicht so schnell erholen werden. Viel Spaß mit deinem Geld! In der Hölle! Sehen Sie Ken Chan und Superstar Frankie Chan in Bloody Stones, der Diamant unter den Actionbomben.